Verehre Gott. Das ist vielleicht eine der Botschaften von Rama in dem berühmten Epos Ramayana. Rama gilt als Inkarnation Gottes. Und trotzdem hat er Gott verehrt. Er selbst, Manifestation von Vishnu, verehrt Shiva, Surya und die göttliche Mutter. Wir finden zum Beispiel das Riddharyam Aditya, das Herzensgebet an die Sonne. Und wir finden auch, dass er die göttliche Mutter verehrt hat. Und bevor er nach Sri Lanka aufgebrochen ist, um seine Sita wiederzugewinnen, hat er Puja gemacht an den Shiva Lingam. Egal wo du bist, verehre das Göttliche. Es gibt schöne Rituale, die du ausführen kannst, wie Arati, Puja und Homa. Du kannst es aber einfacher machen. Wenn du morgens aufwachst, schaue aus dem Fenster und verehre Gott in der Schönheit des Himmels, in einem Baum, im Vogelgezwitscher oder in deinem Partner, deiner Partnerin, die du vielleicht liebevoll im Arm hältst oder in deinem Kind, das du gerade wächst. Verehre Gott in der Schönheit. Verehre Gott in der Liebe. Verehre Gott aber auch in den Armen und Bedrängten, in den Leidenden, deren Leid du mildern willst. Was auch immer du tust, tue es als Verehrung Gottes. Verehrt.